Hallihallo Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Serious Sam 2 mit der Franzili und mir. Ich bin gerade voll das Drogo gewesen, ich habe dich anvisiert. Ja ne, voll hart oder? Ja, ich würde sagen, wir... Ich wollte das kaputt schießen. Was? Hast du mich jetzt abgesch... Hast du ernsthaft mich jetzt... Also, wirklich jetzt? Niemals. So, ich gehe durch. Okay. Arena aber volle Kanne. Alter Schwede. Wie viele Kugeln haben wir denn? Was? Was? Jetzt habe ich zwei, meine beiden gezählt. Ach, ich bin so behindert, ey. Ach, die Serious Bomb oder was? Na eben, die vergesse ich irgendwie immer. Oh, hier gibt es ja den Haufen... Ah, hier gibt es den Neuen. Hier gibt es den Haufen Zeug zum Aufsammeln. Aua, Aua. Warte, jetzt bin ich dran. Auf der Neuen, ne? Oh. Da kommt schon wieder was. Ach, meine... Ich muss erst mal Zeug aufsammeln. Oh, ich glaube, Granatenwerfer war voll bei mir. Nein, ich will... Ach, scheiß drauf. Hier. Äh. Das habe ich dir aber nicht erlaubt, dass du damit rumfahren darfst. Ich stand da. Ah, okay, ich habe auch eins, oder? Ich sammle mir hier aber vorher noch mal was ein. Granatenwerfer, okay. La, 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 la. Okay, das kann ich auch mit dem Ding machen, fällt mir gerade so ein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, geh kaputt. Danke. Ach du Scheiße, was kommt denn dort jetzt so? Was ist denn das? Was? Ähm, siehst du das, was ich auch sehe, oder? Was sind diese... Diese Kugeln. Die schießen... Diese grünen Bälle. Geh kaputt! Komm, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Boah, da steht noch immer. Der ist auch put. Ich weiß noch nicht, was da oben angeflogen kommt, aber es sieht groß aus. Jetzt komm schon, geh kaputt, hab ich gesagt. Danke. Da kommen die nächsten... Nein, ich will nicht. So was, ich steig mal um, ganz einfach, aus Prinzip. Weil das Ding irgendwie mehr Schaden macht, glaube ich. Oh oh, besser ist das. Nein, daneben. Puff, und puff, und puff. Ich habe da ein kleines Problem. Was wäre? Hallo? Mein Ding ist kaputt. Ah, okay. Arena zu Ende, oder was? Ach, warst du ja jetzt mal nie so frech und hast mir das Mainz weggemobst. Boah, ich wohne schon. Ja. So, Irony-Roll. Da drüben steht nämlich noch eins. Ah, 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 ah. Weiß ich aber... Ey, schieß das nicht an, das macht Schaden an dem Ding. Du bist lustig. Nimm doch... Ich würde auch ein neues. Okay. Ich würde gerne noch ein bisschen Zeug einsammeln. Liegt da hinten noch? Nö. Aber da liegt noch ein... Ich würde noch eins gebrauchtes haben. Ach, toll. Hihi. Mit dem rosa Ding zu schießen, da gehen die besser zu treffen irgendwie. So, was gibt's hier? Tor 12. Kommt man natürlich wieder nie rein. Tor 11. Auch nicht. Tor 10. Ach komm, Mensch, ich wollte nie einen Song kriegen jetzt so verdammt. Ich glaube, wir müssen das Ding am Himmel noch runterholen. Kann das sein? Ach Mann, oh ja, ich nehme mir schon so ein rosanes Ding hier. Ich nehme das hier hinten. Wo ist es? Okay. Fein gemacht hat... Was? Was? Boah, da kommst du hier rein und da geht's gleich los, oder was? Alter, da kommst du nicht schon mal zum... Warum tut ihr mir das an? Äh, wir frieren, ne? Was? Wir frieren. Und wir rutschen. Scheiße. Das ist ja kacke. Warum tun die uns das an? So, bing. Die Mikrowelle, äh, sind wir fertig jetzt so. Ah, hier geht's rein, hier geht's... Ne, hier geht's nicht rein. Hä? Hier, wir frieren, wir... Und nun? Die Tür ist locket? Ja. Wo, 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 wo ist hier? Ah, hier, hier. Wah, wah, wah. Alter, da geht's doch gleich weiter. Nein. Oh Gott. Ja, geht kaputt. Huch. Alter, das ist doch... Kommst frisch ins Level und kriegst Klemme auf die Mappe. Ich geh mich noch mal, äh, aufwärmen kurz. Das ist aber nett. Du, dich nie aufwärmen? Okay. Ich hab noch neun live im Übrigen. Nicht der Sender. Ah, da hinten gibt's ne extra... Ja. Okay, ich war tot. Bin wieder da. Yay. Ah, wir haben mehr Damage. Oh. Du, nie? Nein. Oh. Ah, hier vorne gibt's ne... Achso. Das Ding vielleicht auch kaputt schießen. Ich will das jetzt einnehmen. Wah. Okay, hier gibt's Zeug. Ah. Haben wir den Schneemann kaputt geschießt? Äh, Leute, ist ja mal gut jetzt, äh. Was ist mit den Schneemännern? Ich will das jetzt wissen. Ich geh mal hin. Hallo? Okay, die machen erst mal nix, aber ich verlasse mich mal noch nicht drauf. So wie das Bild vorhin außer, dann machen die irgendwann da doch vielleicht was. Das ist ja voll kacke hier mit dem, ich friere und so. Und weiter. La 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 la. Geht's da drüben rein? La la la. Nein, tut's nicht. Nein, tut's nicht. Oh, wie brennt was? Warum brennt da? Achso. Oh, nö. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Was schießen die denn jetzt? Ach, die Typen schießen die denn jetzt? Was? Ja, klasse. Mir kommt das Schneemann hinterher. Aua. Boah, ich friere, ich friere, ich friere, ich friere. Ich muss hier rein. Ganz schnell. Hui. Das ist voll fies, oder? Das ist eine Serious-Bombe. Eine Serious-Bombe? Hab ich nie ohne eine? Jo. Aber hier gibt's noch eine. Ja, ich hab auch noch, sogar noch eine einstecken. Du musst mir gleich nochmal... Ach da, ich seh's. Ja, ist okay. Noch ein Weg hinzu. Hm? 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 Muss ich auch gleich wieder aufwärmen. Ist voll doof. Und dieser Granatenwerfer ist auch irgendwie voll für den Arsch. Ah, jetzt. Ich muss mich nochmal aufwärmen, sonst friere ich meinen Arsch ab. Ich hab sowieso nur noch 21 Leben. Dies überlebe ich nicht. Ach so, die haben wir ja auch noch. Ähm. Oh, wunderbar. Ich spiele ein bisschen Bowling. Diesmal richtig. Ah, haben wir's jetzt. Fast. Oh, hier geht's rein. Hier gibt's, hier glänzt's, hier glitzert's. Hier müssen wir sogar rein. Nö, doch nie. Secret Area. Was kann man hier machen? Wo bist denn du? Kommst du mal mit her. Oh Gott, dann drücke ich einfach mal, ja. Nee, Wolk, fall bitte. Zu spät. Was? Wurzeln, ich hab ja noch nicht mal alles eingesammelt. Ja, ich hab da doch... Guck mal hier. Oder? Ist das doof. Dann auch mal auf den anderen drücken. Mach nochmal. Warte, 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 noch nie. Jetzt. Ja, schön. Ach, gut, okay. Bis. 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 So, okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich hoffe, wir machen hier gleich mal ein... warte ich hab doch noch irgendwo eine sniper gehabt nie ja ja alles klar ach so na toll da kommen die nächsten gespawnt wo bist du vorhin hochgegangen bestimmt bestimmt nie hier hinten da drüben scheint es auch noch einen haufen zeug zu geben also die mittlere normale treppe ja ich bin auf der weg wir müssen eh gleich wieder aufnahmepäutchen machen gleich bevor wir weitergehen warum komm ich ich will da hoch mir ist kalt verdammt 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 ok ah scheiße man warum funktioniert das immer hier ja du musst glaube ich wieder durch so ein Tor gehen wenn es mich nicht täuscht ich fahre nämlich gerade mit einem Fahrstuhl hoch ich finde das doof ich dachte kann man irgendwie einen Knopf wieder drücken oder so ok ich bin auf dem Dach und du hallo hallo es ist schön dass du mir sagst dass du auch mal da bist dann so so ich wollte eigentlich gut da wird die folge mal ein kleines stück länger wahrscheinlich ich habe ein Problem hier ist es falsch ja mir auch oder wir müssen mal gucken ob man mit dem Fahrstuhl wieder runter fahren können ich glaube es ja nicht auf jeden Fall friert es mir gerade ein bisschen ab hier ne das ist nämlich ein bisschen doof jetzt oder hier aber der Fahrstuhl wurde warm schwer ist ach so im allgemeinen wurde ah ok und du kannst hier getroffen werden das ist sehr praktisch ist natürlich gut zu wissen boah ich treffe die mit den scheiß Knormen ah jetzt peff lalalalalala boah das ist ja wieder geht kaputt geht kaputt boah ist er mal gut jetzt Ich muss mal in den Fahrstuhl warten. Puh. So. Darf ich wieder raus. Aber wieder einer kaputt. Alter, ich hab mal gut jetzt wieder. Ich hab noch 15 live. Alter Schwede. Leute, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Man kann es auch übertreiben. Nur ein bisschen. Boah, ey. Es krabbelt mir der Hals. Ich muss in den Fahrstuhl. Du auch, okay. Ist das schrecklich. Schrecklich, 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 schrecklich. Wo sind sie denn? Komm, geh kaputt jetzt. Hier gibt's wieder... Ich krieg ja grad keinmal kaputt. Doch, jetzt wieder ein. Nein. Fire to respawn. Bin wieder da. Kriegen wir den großen Outdown irgendwie? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Weil der immer so schnell wieder verschwunden ist. Ja. Aua. Oh, mit 4 live hab ich überlebt. Oh, ist das hart manchmal. Oh, na klasse. Nee, ich kann jetzt nie. Ich muss jetzt mal eine Folgenpause machen. Könnt ihr das nicht mal mitberechnen, ihr Affen? Nein. So, jetzt laufen wir... Nie weiter rum. So, ähm. Ja, wie ihr gehört habt, wir müssen jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen. Ganz einfach. Wir sind bei 19 Minuten. Und wenn's euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben, wisst ihr ja. Und ach, das ganze Schlussgeplänkel. Das ist ja immer dasselbe. Ähm. Ja, ähm. Wir hoffen trotzdem, euch hat's gefallen. Und wenn's euch gefallen hat, schaut doch bei der nächsten Folge wieder rein. Und wenn's heißt, wir zocken Zero Sam 2 mit der Franzili. Die steht da. Gut, bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.